Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um den sogenannten Self-Learning-Algorithmus. Sogenanntes, oder auf Deutsch, Selbstlernen. Ist ein sehr witziger Algorithmus irgendwie, ja, eigentlich das, was man so denken würde, was man sowieso tut, aber ich stelle Ihnen trotzdem vor, ist irgendwie die Grundlage für alles, was wir sonst noch machen werden. Dazu wechseln wir mal eben das Programm. Merkt euch einfach diese Skizze hier, die roten und die komisch-bläulich-grünlichen Dinger hier. Das sind die gelabelten Punkte, die schwarzen wissen wir nicht und das Orangene ist eigentlich das, was wir am Ende als Trennebene gerne hätten. Aber eigentlich, unser eigentliches Ziel ist, diese schwarzen Punkte entweder rot oder grünlich zu machen. Gut, kurze Zusammenfassung vom letzten Video, falls das nicht alle gesehen haben. Okay, so, der Self-Learning-Algorithmus, der lernt nicht wirklich selbst, wir brauchen trotzdem noch die Datenpunkte, aber ist im Prinzip ein sticknormaler Algorithmus, deswegen machen wir den auch ganz normal, wie immer. Und zwar folgendes, wir haben eine While-Schleife und zwar solange, wie es ungelabelte Daten gibt, also solange, wie wir hier noch schwarze Punkte haben, machen wir diesen Algorithmus. Unser Ziel ist, wie gesagt, einfach alles zuzuordnen, damit wir nachher hier mit diesen haufenweisen Datenpunkten, die wir echt billig bekommen haben, ein überwachtes Training zu machen und dann richtig gute Ergebnisse hoffentlich zu kriegen. Okay, also das sogenannte Self-Learning nimmt jetzt hier einfach den While-Algorithmus oder eine While-Schleife und solange es ungelabelte Daten gibt, also solange existieren unlabeled data, solange wollen wir den durchführen. Und zwar als erstes packen wir, bauen wir uns sozusagen eine Hypothese, wie das funktioniert, wissen wir ja mittlerweile, mithilfe der gelabelten Daten, also mithilfe von XL, XL ist jetzt einfach die Menge an Datenpunkten mit Label, deswegen L, also L. Okay, also wir bauen uns eine Hypothese und ja, wenn wir Labeled Data haben, dann haben wir auch meistens oder eigentlich immer eine Klassenzugehörigkeit, deswegen Y ist das Ergebnis der Klassifikation. Also das hier ist unser Ergebnis, gehört zu der Menge an den Datenpunkten. Das heißt, wir bauen uns mit irgendeinem uns schon bekannten Algorithmus, bauen wir uns anhand dieser Labeled Data hier eine Hypothese H. So, also die Hypothese gebaut mit den gelabelten Daten können wir machen, haben wir kein Problem damit, überwachtes Lernen kennen wir ja mittlerweile. So, dann berechnen wir H von X, also die Hypothese, berechnen wir aus, und zwar für jeden Datenpunkt X, X in den Unlabeled Data, also in XU schreibt man dann normalerweise dafür. Das soll bedeuten, wir haben hier die ungelabelten Daten drin, das heißt, wir berechnen die Hypothese, also was würde jetzt rauskommen, wenn wir jetzt einfach nur anhand von diesen drei Datenpunkten auf jeder Seite, also anhand von diesen sechs Datenpunkten, bauen wir uns diese Hypothese und sagen, okay, wie sieht es denn mit jedem einzelnen schwarzen Punkt aus, den wir hier haben, was kannst du uns darüber sagen, was spuckt uns die Hypothese aus. Wie ich euch letztes Mal gesagt habe, würde bei dem ersten Mal ausführen hier wahrscheinlich ungefähr so eine Trennebene rauskommen. Ja, doch könnte ungefähr hinkommen, wenn wir uns mal die Support Vector Machine vorstellen, hier das Blaue liegt ungefähr in der Mitte. Das ist natürlich nicht optimal, wir wollen also ein bisschen was anderes haben. Gut, deswegen, wir sind hier noch nicht fertig, denn wenn wir jetzt diese Hypothese einfach so bauen, dann hätten wir einfach nur gleich Training mit den Labeld Daten machen können, die ungelabelten hätten wir gleich wegschmeißen können. Okay, was machen wir also danach? Wir berechnen uns die Konfidenz, also wie sicher ist es, dass diese Hypothese tatsächlich zutrifft, also die Hypothese spuckt uns ja eigentlich auch nur eine Klassenzugehörigkeit aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass die stimmt für jeden einzelnen Datenpunkt x in den ungelabelten Daten? Gut, das heißt, wir berechnen uns die Konfidenz, die kürzt man oftmals ab mit k, aber nicht nach unten gepackt, sondern ganz normal. k von h von x, also die Hypothese. Die Hypothese spuckt uns ja was aus und wir wollen jetzt zusätzlich zu der Hypothese noch die Datenpunkte x reinpacken. Das ist einfach bloß, wie sicher ist es, dass die Hypothese für den Datenpunkt x okay ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Ihr wisst ja, wir haben oftmals, wenn wir zum Beispiel Bias arbeiten, haben wir eine Wahrscheinlichkeit oder sowas. So, und dann macht man folgendes. Man fügt jetzt in xl und in yl einfach noch zusätzliche Daten rein, nämlich die zusätzlichen Daten sind die, die am wahrscheinlichsten sind. Okay, also plusgleich sozusagen, wir erweitern die Menge der gelabelten Daten um die Daten, die die höchste Konfidenz haben. Also um das Tupel, das ist ja jeweils ein Datenpunkt und ein Label, also um den Datenpunkt x und h von x gegeben, also mit der größten Konfidenz. k von h von x, x hoch. So, und das können wir jetzt machen, zum Beispiel für die 100 besten Datenpunkte oder die 10 besten Datenpunkte, je nachdem, wie viele Daten wir haben. Das ist sehr unterschiedlich, da kann man dann anpassen, je nachdem, wie viele Datenpunkte man hat oder je nachdem, man sagt, ich hätte gern als Schwellwert irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von 0,9. Das heißt, alle Daten, die ich mit 90% Wahrscheinlichkeit richtig klassifiziert habe, die packe ich dann da rein. Und ja, dann erweitere ich nach und nach meine gelabelten Daten, habe dann hier beim nächsten Durchlauf mehr gelabelte Daten, kann deswegen eine bessere Hypothese erstellen, wir gehen das gleich noch am Bild durch, kann dann hier meine Hypothese neu auf allen ungelabelten Daten ausführen, also die, die ich hier das letzte Mal nicht genommen habe, weil ich mir nicht sicher genug war. Dann kann ich erneut sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich die richtig klassifiziert habe und so weiter und so fort, das mache ich die ganze Zeit, bis ich fertig bin. So, schauen wir das Ganze mal am Bild an. Wir würden jetzt als erstes diese blaue Hypothese hier finden. Gut, dann labeln wir die Daten und die, die nah an unserer Hypothesen-Schwellwert hier sind, also nah an unserer Trennebene, ihr wisst es noch von Support Vector Machines, da hatten wir gesagt, wir können so eine gewisse Unsicherheit hier einbauen, und diese Unsicherheit, die sagt uns, okay, je näher ein Datenpunkt an dieser Trennlinie dran ist, desto unsicherer sind wir uns. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich für diese Punkte hier hinten, also den hier und die hier, da sie ja mitten innerhalb von den Dingern hier liegen, für die wären wir uns relativ sicher, die können wir ruhig mal hinzufügen. So, bei den roten ähnlich, da wären wir uns für die hier relativ sicher wahrscheinlich. sowas in der Art hier, also da hätten wir schon, da wären wir uns ziemlich sicher, dass die mal ganz gut sind. Und dann im nächsten Durchlauf hätten wir wahrscheinlich ungefähr sowas, da wir hier ja noch den Datenpunkt haben, hier noch den Datenpunkt, hätten wir wahrscheinlich sowas hier bekommen. Also so ein bisschen gebeugt schon. Gut, dann packen wir eben die nächsten rein, und dann haben wir irgendwann, wenn wir das unend, oder wenn wir das laufen lassen, bis wir wirklich alle klassifiziert haben, haben wir diese gelbe Linie hier gefunden. Das heißt, wir haben alle Datenpunkte dann am Ende, die schwarz waren, klassifiziert, und sie sind entweder rot, oder so komisch grünlich. Super. Das heißt, der Algorithmus, super Art, ein Problem hat er natürlich, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, hier ganz am Anfang, ich mache das gerade mal hier rückgängig, bevor wir angefangen haben, hier mit den Konfidenzen, wenn wir gleich am Anfang eine Fehlentscheidung treffen, das heißt, wir sagen, okay, ich hätte gerne meine Trennlinie, so, und jetzt sage ich, gut, ich habe zum Beispiel, das hier hat eine hohe Konfidenz, das hier, das hier, und dann bin ich mir hier noch irgendwie sicher, weil der relativ nah dran ist, dass er in der anderen ist, und dann habe ich mich hier falsch entschieden, und dann kriege ich plötzlich was ganz anderes raus. Also je nach Lernverfahren und je nach Daten, wenn die echt blöd liegen, kann das durchaus mal passieren. Und dann kriege ich plötzlich solche Daten hier, und dann liegt der Rote halt sehr, sehr nah an der Trennlinie dran, oder vielleicht ist der ja sogar falsch klassifiziert worden, und dann kann es passieren, dass ich mir wirklich hier meine Daten schon kaputt mache. Das heißt, wenn ich mich früh falsch entscheide, dann habe ich ein Problem bei dem Verfahren, aber ansonsten ist es wirklich gut. Okay, soviel zum Self-Learning oder Selbstlernen, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu liken, zu subscriben, und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Okay, wir hören uns, bis dann. Ciao. Ciao.